Hallo, hier ist der Martin von Moneymonkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 23.09.2021. Jetzt hatte ich mich schon gefreut, dass ich mal so schnell durch bin mit meiner Analyse, wenn ich zwar fast Rekord kurz, schon zeitig angefangen, zeitig beendet und dann immer das Mikrofon stumm. Also heute ist ein Tag, ich, ich, also weiß nicht, es ist eine totale Katastrophe gewesen auf technischer Ebene, also was heute alles nicht geklappt hat, aber gut, okay, ja, zum DAX, der DAX definitiv in den Augen fiel er heute auf Drogen gewesen zum Mittwoch, den hat es gut oben rausgeschoben, den hat es gut oben rausgeschoben, betrachten wir das, was wir gestern gesagt hatten, war der Tenor eigentlich so, er kann sich hier schön runterdrücken, hat sich schön eingedreht, das wäre vollkommen legitim, auf die 1.60, 1.10 runterzukommen, außer er würde halt direkt nach oben weiter durchschieben oder sich von hier hart nach oben auskontern, dann wäre 4.30, 4.60, die, was haben wir noch gehabt, die 5.10, 5.100 hier, die 5.50, das wären, das waren die Punkte, die wir oben genannt haben und sogar noch die 6.100 hat man angeführt als Reaktionsziel, wir hatten darüber gesprochen, dass die, dass die oben sehr verteilt anliegen, die Widerstände, sodass sich Verkäufe nicht so richtig schön zentral positionieren und angreifen können und dass man deswegen eben abwarten sollte, bis er dann auch wirklich mal richtig eindreht. So richtig eingedreht hat er sich eigentlich nur direkt ab 9 Uhr, ab der X-Rittereröffnung ging das gut nach unten, das sah ganz gut aus, also das war sogar eigentlich eine schöne Short-Vorlage, der hätte einfach nur noch unter der 9 Uhr-Katze auch mal, also ich glaube so 5 Punkte nur nach unten und der hätte das Schottsignal auch tatsächlich aktiviert, aber der ist nicht eine Sekunde, der ist direkt auf den Schlag nach Stundenschluss grün nach oben getigert und dann hat er sich durchgewühlt. Und da ist jetzt so ein bisschen der Punkt, wo ich sage, das hat mir heute nicht so richtig gefallen, dass man halt enorm viel Short-Engagement wahrgenommen hat, dass sich da wirklich viele auch richtig aus Überzeugung dagegen gestellt haben, weil die gesagt haben, das ist alles verrückt und nee und ich denke, der fällt. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Ab und zu klappt das ja, dass auch die Menge mal bedient wird, aber man muss da einfach schon ein bisschen aufpassen, weil das auch Risiko eben auf der Oberseite dann auch für Short-Squeeze tatsächlich bietet. Und man hat hier teilweise den Eindruck gehabt, dass die Käufer sich schon ein bisschen zurückgehalten haben. Aber das ist Short, da haben wir mal ein bisschen rausgesqueesed worden. Das merkt man einfach in dem Moment, dass einfach so eine Welle nach oben drückt, wo der Markt einfach mal wirklich ein paar Punkte fällt und dann direkt wieder implodiert. Das ist einfach, weil die Orders nach oben durchklackern und es rückt aber keine Order im Orderbuch nach und wenn der Erste wieder anfängt zu verkaufen, dann hat er halt eine entsprechende Volumenlücke nach unten, die relativ easy und leicht dann auch wieder gefüttert werden kann. Und dann steht der Markt auch recht schnell wieder zurück und ist aber so gesehen noch kein Umkehrsignal. Und da haben wir gestern drüber gesprochen, dass man eben das klare Umkehrsignal abwartet. Und außer dass es dann auf der neuen Uhrkerze so richtig nichts geworden ist, die 55 hat er gut angenommen. Aber es sind, wie gesagt, eben auch viele Short. Deswegen würde ich ein bisschen aufpassen. Wenn der jetzt hier eintritt, ich sage mal, wir haben ja hier auch ein bisschen was gezeichnet, wir haben ein bisschen besprochen, wir haben eine klare Erwartungshaltung, die hat sich nicht geändert. Ja, also das aus den letzten Analysen, was wir gesagt haben, auch bezüglich in der Erholung, wie weit und so weiter, das hat sich nicht verändert. Da will ich auch jetzt nicht ins Detail reingehen. Das ist soweit gleich. Das heißt, dreht er ab, kann man da auf die Gaps und die besprochenen Ziele aus den letzten Analysen ziehen. Sollte der aber nicht abdrehen, sollte der keine roten Kerzen bringen, sollte der keine Schwäche bringen und sich stattdessen nach oben arbeiten zum Donnerstag. Und da würde ich ihm wirklich kurze Leine geben. Ich will ihn da eigentlich nicht über 5,30 und nicht über 5,40 sehen, weil mir das schon ein bisschen zu gute Vorlage nach oben dann wäre, hier einfach noch ein paar Shorts zu kicken. Und dafür hat er letztendlich Platz jetzt erstmal noch bis zur 5,60. 5,65, ja, das wäre noch ein Anlaufpunkt, den er anklacken könnte, wenn enges Shorts drinnen liegen. Wir hätten aber auch noch die 15,600 im Angebot und dann sogar hier oben den Bereich um 15,670 rum. Ja, da liegt noch hier so ein kleines fettes Zwischenhoch, so knapp drunter. Das wäre auch noch ein Anlaufpunkt, ne, das heißt, wenn wir keine Schwäche sehen, wenn er sich nicht eindreht, wenn er nicht die Route anspielt, man muss ihm oben so lange den Lauf geben und die Leine geben, bis wir wirklich anfangen einzudrehen, bis wir wirklich sichtlich wegknicken. Knicken wir ein, dann darf man die Ziele anziehen, aber man sollte eben auf der Oberseite entsprechend auch aufpassen, ja, dass man wirklich nicht irgendein Kampf in Überzeugung stirbt, ja, weil das ist einfach, ich hoffe, ich erzähle das jetzt nicht in diesem Video doppelt, ich glaube, ich habe es im letzten Video erzählt, wo das Mikrofon noch stumm gescheitert war, sonst sitzen wir über danach, aber das ist wichtig, deswegen möchte ich es betonen, weil es ist einfach so, wenn man nach Überzeugung tradet, dann liegt man, dann macht es viel Spaß, wenn man richtig liegt und es fühlt sich auch gut an, ne, wenn man dann belohnt wird, dass der Markt, dass man den Markt richtig eingeschätzt hat, ne, man fühlt sich dann, wie als versteht man das, wie als versteht man Börse und wie als kann man Trading, das ist aber manchmal ein bisschen, ähm, trügerisch, ne, es ist so eine trügerische, eigentlich verarscht man sich damit selber, weil letztendlich ist es nicht wirklich, ähm, Trading, was man lernt, wenn man versucht, eine Überzeugung, die man aufgrund von Nachrichten oder von irgendwas anderes hat, selbst wenn die Überzeugung aus der Charttechnik rauskommt, ne, es ist nicht unbedingt gut, wenn ich mich dann gegen eine aktive Bewegung massiv gegenstelle, ne, unabgesichert und darauf hoffe, dass ich richtig liege, das ist nicht gut, weil das klappt irgendwann auch mal nicht und das darf dann nicht passieren, dass in dem Moment, wo der Markt dann nicht auf mich und alle anderen und Analysen und Nachrichten und so weiter hört, sondern einfach durchstiegert, hier rausbricht, eskaliert, hoch auf die 16.200 läuft und dann ist man pleite oder das Depot ist kaputt oder so beschädigt, dass man Vollschaden hat, das darf halt einfach nicht passieren, ne, das ist ganz, ganz, ganz wichtig und deswegen ist es mir immer wichtig zu betonen, das Risiko abzusichern, ne, diesen inneren Schweinehund zu überwinden, einfach auch mal einen kleinen Verlust abzusägen, bevor er schmerzhaft wird, ne, und dann einfach die Gewinne in dem Moment, wo man richtig liegt, wo man vielleicht auch dann die Meinung hat, dann halt auch mal ein bisschen mutiger, auch mal ruhig ein bisschen laufen lassen, ne, nicht übermütig werden und massiv ausbauen in jeder Situation, das bietet sich auch nur teilweise an, ne, aber das, womit sich viele immer so wehtun, ist so diese, diese, diese Überzeugung, dass, dass irgendwas so kommen muss und dann hauen die Stellen sich voll gegen den Markt und das ist immer ein bisschen unnötig, weil wenn man Short will, kann man auch die richtigen Signale abwarten, ne, packt dann einfach den Stop-Loss drüber und dann kassiert man halt mal 40 Punkte minus oder mal 50 oder mal 60 oder selbst mal 100, riskiert aber nicht, dass man 1000 Punkte oben irgendwo im Minus dann auch drinnen hängt in der Position, die einem dann auch nicht mehr gefällt, wo man dann aber auch zu eitel ist, die zu realisieren, ne, das fällt einem unten noch leichter und der Punkt ist so, ich glaube, da haben viele, viele noch, ähm, einfach, äh, ja, ich sag mal, Bedarf, Potenzial, Optimierungspotenzial, äh, selber mit sich ein bisschen zu arbeiten halt, ne, und, ähm, der Tag war schon, muss ich schon sagen, hab ich viel, viel Überzeugungstrades wahrgenommen, ne, wo die Leute dann wirklich einfach so auch ein bisschen genervt waren von dem, was der DAX gemacht hat und dann einfach so aus Prinzip reingepfiffert haben und das ist immer so ein bisschen, na, da muss man schon aufpassen und deswegen wird es mich nicht wundern, wenn der Donnerstag vielleicht sogar noch, noch, noch ein bisschen was rauskegelt hier, Donnerstage, der kann selbst fallen, wenn er noch 100 Punkte hochgerotzt hat, Donnerstage, die sind, das sind immer so die Super-Joker-Tage halt, ne, also da geht alles und nichts, ähm, aber der schafft auch 300 Punkte runter, wenn er vorher noch mal 100 hochgemacht hat, ne, also das ist für einen Donnerstag kein, 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 kein Akt und, ähm, das Einzige, was da immer ein bisschen hilft, um ein gutes Gefühl für zu kriegen, ist, auf dem, auf dem H1 zu arbeiten, auf dem, auf dem, auf dem Donnerstag und nicht zu tief reinzugehen, ne, weil die Stundenkerzen auf einem, den Donnerstag ist ein sehr schwungvoller Tag, ist ein sehr ausgeprägter Tag, hat meistens auch eine, eine hohe Laufstrecke und, ähm, in der Regel ist es dann so, dass die Stundenkerzen halt auch gut die Richtung dann eben vorgehen, das heißt, dreht sich die Stunde ein, ne, kriegen wir auf einer Stunde eine Umkehr, dann kommen meistens auch 2, 3, 4 Stundenkerzen noch in die Richtung, wo die Umkehr angezeigt wurde und das macht es Donnerstag in der Regel ein bisschen leichter, da von oben heraus eine gute Orientierung zu kriegen, ne, und von daher würde ich schon sagen, Donnerstag kommen die roten Kerzen, ähm, davon Schutz probieren, am ersten Gap ein bisschen aufpassen, wie gesagt, wenn dort eine fette grüne Kerze reinkommt, ne, gerade so in dem Bereich hier, kann er sich ja auch nochmal versuchen aufzudrehen, ansonsten, Ziele sind, denke ich, klar, auch meine Meinung sollte klar sein, ähm, aus den letzten Analysen, wo hier was noch passieren kann, ähm, Stand jetzt ist es noch eine Erholung und, ähm, ja, Punkt, Punkt, drückt er aber grün hoch, echt, also, wartet halt, Umkehrsignal ab, ne, nicht einfach, nicht einfach stur der Gegenwucht, sonst, sonst, ich zeige es euch aus dem Tagesshot, wo die 6,70 auch noch sich wiederfindet, ich habe es ja hier gerade schon mal gesehen in der Analyse, in der gestummten Analyse, aber hier oben bei 6,70 ist das mittlere Bollinger Band, selbst dann wäre er letztendlich noch in einem, in fallenden Tiefs, in fallenden Hochs drinnen, wenn er da dran springt und weiter ist das jetzt auch nicht, also sehen wir, sehen wir da, sehen wir wieder nur Aktionismus nach oben zum Donnerstag, dann, dann, dann lasst ihn noch den Raum hier oben rein, ne, kommen, rote Kerzen kann man, kann man verfolgen, was die letzten Tage hier auch besprochen wird, aber wenn er der Grün weiter treibt, wirklich, dann passt ein bisschen auf, ja, ansonsten, ja, bleibt der Rest so wie besprochen, ne, ähm, viele der Rücklaufmarken haben jetzt schon abgearbeitet, ne, 45 ist abgearbeitet, die 5,10 ist zu, die 4,65 ist durch, die 4,30 ist durch, steckt genau drin, ne, hat auch die 5,10 jetzt hier per, per Stundenschlusskursen gehalten, verteidigt, ne, und jetzt, jetzt wird wichtig, was macht der Donnerstag draus halt, ne, jo, okay, Freunde, dann mache ich jetzt hier zu, mal gucken, wie ist, sogar länger geworden wie vorher, na gut, ähm, schade, aber egal, Punkt, ich mache das hier aus, ich wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder und, ja, holt euch eure Punkte und, und nicht zu verkämpfen, nicht zu verkämpfen, das ist immer schade, das ist, das ist oft rausgeschmissenes Geld, halt einfach, weil man dadurch viel zu früh immer einsteigt, ne, ähm, und es macht einen, es macht einfach einen Unterschied, ob ich, ob ich dann bei 3,50 irgendwo in dem Shorts das volle Depot auslaste oder ob ich das erst bei 15.600 mache, wenn ich dann dort ein schönes Signal kriege, das ist einfach, das ist auch fürs Gefühl, was anderes, wenn ich schon mit einem Signal handele, dann geht das entweder direkt gleich in den Stop-Loss rein oder es läuft mir an, ja, und, und dann habe ich das eng, dann, 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 dann leide ich nicht so lange, ne, dieses, die meisten, die sitzen halt ewig immer in ihrer Verlustpotenzial und das ist halt, das fühlt sich auch scheiße an und dann ist man schlecht gelaunt und, äh, dann ist man gereizt und so weiter und so fort, das ist, das, das braucht man nicht, das muss man nicht haben halt, ne, das Leben ist viel, viel, viel leichter, wenn man die ganze Zeit oder, oder mehr im Plus die Position hält und liegen lässt, ne, dann ist einem das auch mal egal, wenn da mal wieder was zurückkommt, ne, wenn er mal 200 Punkte vorne war und dann ist er plötzlich bloß noch 100 vorne, das ist leichter, wie, wenn ich 300 Punkte im Minus bin, dann bin ich plötzlich 100 Punkte im Minus und dann wieder 300 Punkte im Minus, das ist scheiße, das ist auch psychisch noch schwieriger, dann überhaupt profitabel zu traden, kriegen eigentlich kaum Leute hin, halt, ne, dann kommen eher noch mehr Fehler und dann macht man sich noch mehr kaputt, aber ich mache hier zu, wünsche euch viel Erfolg zum Donnerstag und bis morgen, tschüss. Vielen Dank.